Ho, ho, ho! Es weihnachtet! Wie ihr wisst, haben wir seit vielen Jahren schon eine gemeinsame, wunderschöne Tradition. Ein Jahresende ohne eisheilige Nacht funktioniert nicht, geht nicht. Das wäre wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Deswegen haben wir uns ein einzigartiges Event ausgedacht. Den Täter führte sie ja bekanntlich gern zurück an den Ort seiner ersten Taten. Wir gehen an einen alten historischen Ort für uns zurück, nämlich in den Lindenpark in Potsdam, wo wir unsere ersten Konzerte gegeben haben. Wir werden eine eisheilige Nacht aufzeichnen mit Subway to Sally und vielen, vielen Gästen. Und wir werden ihre Songs spielen, sie werden unsere Songs spielen, alles gemeinsam und auf einer Bühne. Zwischen dem 25. und 31.12.2020 könnt ihr die eisheilige Nacht online streamen. Schönes Geschenk für euch, schönes Geschenk für uns. Also checkt doch gleich mal unsere verschiedenen Ticket-Optionen unter eisheiligenacht.com. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir werden auf jeden Fall Spaß haben.